Hey, wir sind doch gar nicht kontaminiert. Man kann ja nie wissen. Der Sonne glaubt, ich gehe fremd. Was willst du dir sagen, dass du Agent bist? Du weißt, was mit der Frau von SK-13 passiert ist, als er sich verquatscht hat. Die Gehirnwäsche. Aber die hat sich erholt. Echt? Ich dachte, die liegt im Wachkoma. Das ist keine Desinfektion, das ist eine Darmreinigung. Sag ihr einfach, dass du fremdgegangen bist. Susanne verkraftet das schon. Zwei, drei Wochen hängt der Haussegen schief, aber dann... Was dann? Hat sich überwunden. Meint ihr? Klar!